Das ist einfach sensationell, diese Kulisse hier am Rennsteig, die dürfte unerreicht sein. Und der Norweger, der beste Ligenschütze des Feldes, Daniel Mesovic. Ja, riesigen Quote von 98 Prozent. Simon Foucault hat am schnellsten begonnen. Simon Schemp leider mit zwei Fehlern. Und dann Foucault hier vorne auch mit Fehler. Und hinten sind sie fertig. Florian Graf, klasse. Bailey, der Amerikaner. Schlesinger, der Tscheche. Simon Foucault, Andi Birnbacher, Benjamin Weger aus der Schweiz. Was für ein Gewimmel, so macht es Spaß. Martin Foucault muss in die Runde, genauso wie Bergmann und wie Ust-Jugov. Der Massestart-Olympiasieger. Sich macht. Und da kann man sich schon mit dem Ski ins Gehege kommen. Aber Lori Bailey lässt da Vorsicht weiter. Die Schnellschützen. Alexis Böck. Simon Foucault. Andi Birnbacher. Klasse Serie bis hierhin. Super schnell geschossen. Florian Graf auch muss einmal in die Runde. Birnbacher 0. Ampail von 0. Und auch der Schweizer, Benjamin Weger, unbeobachtet. Ebenfalls 0. Genauso wie Ferry, wie Suman. Also da sind wieder, wieder ganz viele vorne weg. Und an der Spitze Clemen Bauer, der Slowene, vor Birnbacher und Bailey. Und dann an Peiffer. Benjamin Weger, der Schweizer. Kleine Lücke. Dann kommt Suman. Ups. Und stürzt hier vorn. Hoffentlich ist nichts passiert. Rappelt sich wieder auf. Wird dann aber überholt von Michael Rösch. Geherrscht. Erste Stehenschießen. Peiffer. Birnbacher. Bauer. Bailey. Weger. Von vorn. Donnerwetter. Holt ab vor Clemen Bauer. Was für eine Serie. Andi Birnbacher steht nicht viel nach. Lowell, Bailey und Weger müssen zweimal in die Runde. Andi Birnbacher einmal. Jetzt sind sie nur noch zwei. Der Rest muss abreißen lassen. Und die hier hinten haben ihre Probleme. Und was macht der beste Stehenschütze des Feldes? Chipulin schießt. Trifft viermal. Genauso wie Emil Hecken-Svenz. Nein. Der hat jetzt einen Fehler. Chipulin ist durch. Michael Rösch mit einem Fehler. Bergmann und Mesotic machen Boden gut. Chipulin ist unterwegs. Simon Foucault auf drei und dann Chipulin. Also wie avisiert der stehend Crack macht Plätze gut. Dann Bergmann, dann Peiffer. Schon raus aus der Runde. Noch eine Fünfer-Serie. Es könnte die siegreiche werden für Birnbacher oder für Bauer. Dann kommen Foucault und Chipulin. Bauer trifft. Birnbacher zieht nach. Jetzt Vorteil Birnbacher. Zwei Fehler Bauer. Was machen die anderen? Birnbacher trifft. Birnbacher sensationell. Unglaublich. Der Mann hat keine Nerven. Unfassbare Schießeinlage von Andreas Birnbacher. Da hat er es allen gezeigt. Und was können die anderen noch? Chipulin, der Meisterschütze. Und Simon Foucault. Der Russe muss in die Runde. Foucault, der erste direkte Verfolger. Auch an Peiffer jetzt mit Fehler. Schade drum. Genauso wie Bergmann. Lindström, der starke Schwede. Fehlerfrei darf sofort auf die nächste Runde. Mesotic und Alexis Böf fertig mit dem Schießen. All die anderen hier hinten ohne Chance. Florian Graf mit drei Fehlern. Simon Schempp mit zwei. Oha. Schempp zwei. Graf zwei. Rushmull. Gute Leistung. Ein bisschen im Schatten der anderen. Aber so ist das halt. Birnbacher Form vor Simon Foucault und Lindström. Zwölf Sekunden. Das müsste reichen, wenn man die Laufform von Andi Birnbacher in den letzten Tagen gesehen hat. Und hier vorn flog die Mütze von Rush um die Ecke. Platz acht. Hervorragend. Jetzt hat er Svensen im Gepäck. Emil Heckels-Svensen hat ein gutes letztes Schießen hingelegt. Null Fehler. Genauso wie Michael Rush. Und vor allen Dingen er hier an die Birnbacher. Der hat überragend geschossen. Bauer hat vorgelegt und Birnbacher hat nachgezogen. Aber ohne Fehler. Der Slowene musste zweimal in die Runde und ist jetzt zurückgefallen. Drei Fehler waren es am Ende sogar bei Clemen Bauer. Also dreimal Null und dann drei Fehler. Und das sichere Auge des Mannes aus Schleching. Das könnte es gewesen sein. Wenn man der Sieger Faust aus Scheibe-Alzbach trauen darf. Denn keiner kennt ihn so gut wie Mark Kirchner. Wer weiß, was sein Andi drauf hat. Und Simon Foucault ist ein starker Verfolger. Aber der hat immer noch elf Sekunden Rückstand. Die Nächsten sind da. Friedrich Lindström wird immer, immer besser. In der Staffel der Schweden schon grandios. Da nahm er Florian Graf 30 Sekunden auf zweieinhalb Kilometer ab. Dann Alexis Böf. Frankreichs bester Schütze am heutigen Tag mit zwei Fehlern. Mesotic. Daniel Mesotic hat sich nur einen einzigen Fehler geleistet. Und da kommt der Mann ohne Mütze. Michael Rush. Das könnte, das könnte das beste Resultat in diesem Winter für ihn werden. Der Moment ist er neunter. Wir erinnern uns, er war zwölfter in der Verfolgung von Hochwilzen. Wird schwer. Er wird kämpfen. Und hier die beiden, die sich aus dem FF kennen. Fritz Fischer. Der sprach einst den Vater von Andi Birnbacher an. Das war der Beginn einer großen Biathlon-Karriere. In der er einmal schon Silber gewann bei Weltmeisterschaften auf dieser Strecke. Und das war 2007 in Andholz. Andi Birnbacher zeigt den anderen die Hacken. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Der bestplatzierte Deutsche im Gesamt-Weltcup. Auf Rang 6 liegt er da. Auch heute. Absolute Top-Verfassung. Kurz nochmal der Blick zurück. Wo sind die anderen abgeblieben? Arne Peiffer, zwölfter nach dem Schießen. Musste einmal in die Runde. Simon Schempf ist 19. Und Florian Graf mit drei Fehlern zurückgefallen auf Rang 23. Rückstand von Foucault zuletzt immer noch 10 Sekunden. Lindström und Beff. Das nächste Duo. Also zweiter Franzose hier schon. Und vorn Frederik Lindström. Das könnte seine beste Karriereplatzierung überhaupt werden. Also kein Bergmann, kein Ferry heute vorn. Und dafür springt der nächste der Schweden in die Bresche. Und ihm hier dürfen wir ihm schon gratulieren. Andreas Birnbacher. Also wenn ihm nichts passiert, er sich nicht verfährt. Und das dürfte er eigentlich nicht. Denn hier ist er schon so oft gewesen. Dann sollte nichts mehr passieren. Im letzten Jahr. Hier auf Rang 14 im Massenstart. Andreas Birnbacher. Hat gehadert mit seiner Leistung im Sprint von Oberhof. Nur 24. Zwei Fehler. Das wollte er besser machen. Dass es gleich so gut gelingt hier. Das hätte er wahrscheinlich selbst nicht geglaubt. Ende der letzten Saison. Da war's. Da gelang ihm zum ersten Mal der Sprung ganz nach oben aufs Treppchen. In Oslo war's. Und in diesem Jahr der zweite Sieg. Und das hier heute könnte der dritte werden. Es ist nicht mehr weit. Und Simon Foucault kommt nicht richtig näher. Schauen wir mal auf die Zwischenzahl. Zuletzt waren es 10,9 Sekunden. Und das sind mehr geworden. Also Birnbacher macht sein Ding. Der wird das heute gewinnen. Überragend jetzt der Vorsprung von Birnbacher. Den hat er fast verdreifacht. Das ist sensationell. Und Emil Heckle-Svenson. Der schnellste in der Spur hier beim Sprint. Holt sich auch heute noch ein Plätzchen auf dem Treppchen. Das ist stark. Das ist stark, wenn man gesehen hat, wie er begonnen hat heute. Emil Heckle-Svenson lag weit zurück auf Rang 20 nach der dritten Schießeinhaltung. Jetzt ist er dritter. Alhada ist da hinten noch einiges durcheinander geraten. Arnd Peiffer hat sich nach vorn gekämpft auf 9. Und hier ist Michael Rösch. Rang 10. Das wird ein sehr, sehr starkes deutsches Mannschaftsresultat. Sehr, sehr ausgeglichen. Und allen voran der Überflieger des heutigen Tages. Der überragende Mann. Andreas Birnbacher. Der Einzige mit null Fehlern aus der Spitzengruppe. Und da freuen sie sich schon. Der Arzt, Dr. Klaus Marquardt, der Pressesprecher. Stefan Schwarzbach. Die 25.000 komplett aus dem Häuschen. Andreas Birnbacher zum Zweiten in diesem Jahr. Hochfilzin war die Nummer 1. Und Oberhof. Der Massenstart. Das letzte Rennen hier vor riesiger Kulisse. Das wird sein zweiter Sieg in diesem Jahr. Das ist überragend. Wie er hier die Konkurrenz in Grund und Boden gelaufen ist. Das ist sensationell. Andreas Birnbacher. Tiefe Verbeugung vor diesem Massenstart. Was für ein Triumph. Das ist grandios. Selten mal einen so souveränen Massenstart-Sieger gesehen. 4x0 und einen gewiss nicht schlechten Simon Foucault. Deutlich in die Schranken verwiesen. Der Franzose hier mit seinem zweiten, zweiten Platz in Oberhof. Damit wird er hochzufrieden sein. Und Emil Hektis-Svenson hinten nach grandiose Aufholjagd. Ähnlich wie in der Staffel. Noch auf Rang 3. Foucault ist zweiter. Svensson Wutritter. Und dann schon der Slowene Jako Fack mit seiner besten Saisonplatzierung. Dann Lindström. Dann Bööf. Und dann schon der nächste deutsche Arn Peiffer. Der Sieger von gestern. Auch heute wieder sehr stark platziert. Auf Rang 7. Und jetzt schauen wir, wo landet Michael Rösch. Auf dem 11. Rang. Also einen Platz verbessert. Und das war das Nahtziel gegenüber Hochfilzen. Arn Peiffer. Siebter. Drei Deutsche unter den ersten Elf. Das ist sehr stark. Das wird die Trainer freuen. Genau da wollten sie hin. Eine breite Basis schaffen. Und dann immer die Ausreißer nach oben. Und er war es heute. Der Ausreißer nach ganz oben. Dritter Weltcup-Sieg für Andreas Birnbacher. Zweiter in diesem Winter. Hier kommt Lowell Bailey. Der Mann, der so lange mit vorn war.